Befindet sich Vivi nun auch wirklich im Bullenmarkt. Wir schauen uns Daten und Fakten an, sowie auch nochmal den Omikos, das heute hier in diesem Special Video. Dem einen oder anderen ist es die letzten Tage aufgefallen. Das Vault ist gestiegen, auch bei mir beispielsweise und bei vielen anderen Leuten, die ich kenne. Die Frage ist nun, ist das wirklich ein Anstieg oder sehen wir hier tatsächlich eine ganz andere Dynamik? Wir schauen uns auf jeden Fall heute einige Daten und auch Fakten an und abschließend werden wir klären, ob wir hier wirklich in einem Bullenmarkt momentan uns befinden oder ob das Ganze vielleicht etwas ganz anderes ist. Zuerst einmal starten wir hier auf Stack, denn diese Plattform bietet meiner Meinung nach auf jeden Fall am besten Überblick über dein eigenes Vault sowie über viele andere Dinge. Deswegen kannst du dich auf jeden Fall hier auch gerne kostenlos registrieren und dein eigenes Vault sowie auch den Markt gut im Überblick zu haben. Schauen wir erstmal auf die Seite bei den Top Holders und hier ist etwas nämlich sehr Spannendes. Wir haben es auch schon beim letzten Livestream angesprochen. Das größte Vault hält derzeit über 45.000 Collectibles, was wirklich unglaublich ist. Das Ganze sind nicht unbedingt Premium Collectibles wie zum Beispiel beim Dr. Prophet, der zum Beispiel einen großen Anteil der Partnerstatue hält, sondern eher tatsächlich kleinere und unrelevantere Collectibles wie auch Comics. Nichtsdestotrotz hat auch er natürlich jetzt einen wahnsinnigen Einfluss und wegen genauso Playern wie ihm werden natürlich auch die Fluss deutlich stabiler. Schauen wir uns aber jetzt erstmal die Daten und Fakten an zum gesamten Anstieg, auch im Vault. Wenn man sich unter Collections anschaut, welche Collectibles hier in den letzten sieben Tagen gut an Profit gemacht haben, dann fällt einem tatsächlich auf, hier sind einige Collectibles mit dabei, die in den letzten sieben Tagen wirklich äußerst gut performt haben. Beispielsweise die Partnerstatue ist insgesamt in den letzten drei Monaten bzw. in den letzten sieben Tagen allein um 35% gestiegen, was auf jeden Fall schon ein enormer Anstieg ist. Auch bei weiteren Collectibles wie zum Beispiel dem R2-D2, sowie auch dem Vivi Gold & Silver Logo oder auch dem Superman oder auch zum Beispiel dem Eduard Rizzo haben wir einen ordentlichen Pump gesehen. Aber auch bei kleineren Collectibles wie zum Beispiel beim Spider-Man kamen insgesamt 14% in den letzten sieben Tagen hat das Ganze hier zugelegt und auch zum Beispiel bei Comics wie zum Beispiel Amazing Spider-Man insgesamt 10% oder bei den Golden Moments Elsa 21%. Das heißt, man kann erstmal pauschal sagen, der Markt ist auf jeden Fall gestiegen. Doch sind jetzt auch mehr Käufer plötzlich da oder wieso ist das Ganze passiert? Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall weiter an. Denn wenn wir uns mal anschauen in den Analytics, die Market-Aktivität, wo wir da momentan stehen, auf ein Jahr gerechnet und hier im Weekly-Chart, dann merken wir tatsächlich doch relativ schnell, das ist ja tatsächlich doch vielleicht gar nicht so krass, wie es eigentlich aussieht. Denn wenn man sich das Gesamte hier mal anschaut im letzten Jahr, wir hatten hier auf jeden Fall schon deutlich höhere Höchststände. Und wenn man sich anschaut, wo wir momentan sind hier mit 44.000 Trades in der letzten Woche, dann ist das tatsächlich hier im Vergleich zu 116.000 Trades gar nicht mal so viel. Deswegen kann man vielleicht hier auch schon mal sagen, Es sind nicht sehr viel mehr Trades und man sieht auch, es sind nicht gerade sehr viel mehr Käufer oder auch Verkäufer. Wir hatten schon deutlich bessere Zahlen in 2023. Hier beispielsweise mit 35.000 Käufern und 20.000 Verkäufern. Und jetzt haben wir hier tatsächlich nur 10.000 Käufer und nur 7.000 Verkäufer. Tatsächlich also deutlich weiter unten im Gegensatz hier zu diesem letzten Jahr. Auch wenn man sich zum Beispiel auf dem VB-Feed hier anschaut, wie viele Transaktionen allein gestern gemacht wurden, dann sind das hier tatsächlich 14.000 Transaktionen und insgesamt ein Wachstum zum vorherigen Tag von 83%. Was natürlich schon auf jeden Fall ein enormer Anstieg ist. Auch bei den Gem Sales gab es tatsächlich einen guten Anstieg. Insgesamt 40% mehr als am Tag zuvor. Also insgesamt 122.000 US-Dollar. Was meiner Meinung nach eigentlich ein absoluter Standard sein sollte. Für einen Tag, da wir tatsächlich in der früheren Zeit hier sowas als Standard betiteln konnten. Mittlerweile rangieren wir hier eher so zwischen 60.000 und 80.000 pro Tag, die in der App fließen. Je nach Drop. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt auch keine Zahl, die mich persönlich absolut beeindruckt. Auch bei den aktiven Wallets gab es nur einen Zuwachs von 2,2%. Also insgesamt nur 3.381 Wallets, die gestern aktiv waren. Also auch kein großer Anstieg tatsächlich. Und auch wenn man sich hier im VWX Tracker das Ganze nochmal ganz genau anschaut, dann merkt man doch relativ schnell, dass wir ja natürlich auch gestern einen Job hatten mit einer ungefähren Auflage von 7.500 Stück. Dazu kamen hier insgesamt 7.500 Transfers insgesamt. Das heißt, hier allein hatten wir schon eine enorme Market-Aktivität. Insgesamt, denke ich, kann man sagen, ja, der Markt hat sich auf jeden Fall stabilisiert. Aber ob wir jetzt gerade in einen Pump gehen, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu bezweifeln, da die Zahlen tatsächlich ein bisschen was anderes sagen. Nichtsdestotrotz, es freut mich natürlich auch für jeden, der natürlich auch hier momentan etwas Plus macht und mal wieder vielleicht sogar im Plus steht. Davon gab es auch einige Leute und ich hoffe natürlich auch, dass der Bullenmarkt beginnt und dass das Ganze pumpt. Aber die Zahlen sagen aber dennoch ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, es sind nicht immer nur Käufe tatsächlich, die hier natürlich auch den Markt nach oben bringen, sondern natürlich auch die Listings. Wir können uns das zum Beispiel hier beispielsweise mal beim Todd anschauen, der insgesamt jetzt hier um 15% gestiegen ist. Wenn man sich das auf den letzten drei Monaten anschaut, dann merkt man eigentlich ziemlich schnell, hey, also so ein großer Pump ist jetzt hier eigentlich nicht passiert. Wir waren ja eigentlich schon am 18.12. bei einem etwa 870, was jetzt sogar höher ist als zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt ja, insgesamt haben wir natürlich gestern einige Transfers hier gesehen, wie man sieht. Also ja, es sind auf jeden Fall schon einige. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich kein krasser Anstieg im Vergleich zu den Punkten, wo wir tatsächlich jetzt auch schon in den letzten drei, vier Monaten waren. Und ich möchte das natürlich auch nicht kleinreden. Jeder sollte das so interpretieren, wie er es interpretiert. Ich persönlich habe aber auch mir, nachdem ich diese Daten angeschaut habe, doch etwas mehr Ruhe hier bekommen, da es tatsächlich doch gar nicht so krass aussieht, wie man es vielleicht denkt. Auch bei den New Active Wallet sehen wir jetzt nicht unbedingt eine außerordentliche Performance. Hier haben wir eigentlich einen absoluten Durchschnitt, so in etwa von 12 bis 13 Wallets pro Tag. Also auch hier keine außergewöhnliche Aktivität von neuen Wallets. Da wir nun geklärt haben, wie die aktuelle Lage im Markt ist und welche Daten ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet, ich werde euch auf jeden Fall unten alle Tools, die ich jetzt hier in diesem Video verwendet habe, unten einmal verlinken, dass ihr da auch über die Zeit selber einmal reinschauen könnt und euch ein eigenes Bild machen könnt. Wenn dir außerdem solche Videos hier gefallen, wo ich auch mal über Daten spreche zum Vivi-Markt, dann lass mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like hier unter diesem Video da, dass ich das sehe und auf jeden Fall in Zukunft vielleicht öfter mal solche Videos mache. Schauen wir uns zum Schluss nochmal ganz kurz den Umikos an. Der ist jetzt auch nochmal in den letzten 24 Stunden um etwa 2,3% gestiegen und kommt den 2-0 immer näher. Für mich kommen derzeit zwei Szenarien in Frage. Das eine einmal in grün, das eher bullische Szenario und einmal ein rotes, eher bärische Szenario für einen kurzfristigen Zeitraum. Das erste und auch eher bullische Szenario zählt darauf ab, dass wir diese Resistance hier für uns gewinnen und dort drüber gelangen. Wir hatten jetzt auch tatsächlich hier, heute Nacht müsste das gewesen sein, einen Pump tatsächlich schon mal hier versucht, über diese Zone zu kommen. Da wurden wir dann erstmal abgelehnt. Wir kommen jetzt aber tatsächlich wieder in die Nähe dieser Zone und jetzt wird es halt interessant, werden wir hier abgelehnt in dieser Zone und reagieren short, dann sehe ich den Markt erstmal hier in etwa wieder bei 0,0008 und ansonsten von dort aus weiter einen großen Anstieg. Andernfalls sehe ich auf jeden Fall den Omi-Token hier über dem Level und dann nochmal mit einem Test und dann auf jeden Fall mit einer weiteren Reaktion nach oben. Ob das Ganze natürlich dann hier reagiert oder direkt durchgeht, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach nicht sagen. Nichtsdestotrotz, das sind die zwei Szenarien, die ich persönlich jedenfalls momentan im Blick habe und die ich für auf jeden Fall realistisch halte. Das waren die wichtigsten Dinge, die du jetzt auf jeden Fall auch zum Samstag wissen solltest. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, einen Mittag oder Abend und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.